Am 24. August startet die Bundesliga-Saison 2018-19. Nachdem die Borussen aus dem Trainingslager am Tegernsee zurückgekommen sind, laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Zudem ist gestern das offizielle Mannschaftsfoto der Borussia veröffentlicht worden, auf dem auch die Neuzugänge zu sehen sind. Die haben sich sichtlich gut in der Mannschaft integriert. Die Fans sind gespannt auf die Neuzugänge. Ich denke mal über diesen neuen Player, dass wir auch dann wieder ein paar Tore mehr schießen wie letzte Saison. Und damit er auch wieder zügig nach vorne geht. Also ich freue mich schon auf Michael Lang. Der scheint sehr sympathisch zu sein. Player ist auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht auch so wird wie De Jong. Ich erwarte von den Spielern, die gekommen sind, eigentlich das, was sie von vornherein schon versprechen. Keine Überdinger, aber ich denke, man weiß, was man bekommt. Ich glaube, der Sportdirektor ist ja auch sehr clever in seinen Einkäufen. Ich freue mich auch auf Lang. Man kennt ihn ja schon so ein bisschen von Basel auch, wenn man es verfolgt. Wenn man es verfolgt. Ja, und ich hoffe, dass Player einschlägt und nicht so wie die letzten Stürmerkandidaten, die hier untergegangen sind. Bis auf die verletzten Ducouré, Jung, Vialba, Player und Benes ist die Mannschaft wieder komplett. Der Franzose Michael Coussons ist am gestrigen Tag wieder ins Training eingestiegen. Bis vor kurzem war dieser nämlich noch mit der U19 der französischen Nationalelf unterwegs. Auch Kapitän Lars Stindl trainiert nach seiner Verletzung wieder mit. Vorerst jedoch individuell, ist aber schon auf dem Weg zur Genesung. Natürlich gibt es auch die ein oder andere Schlagzeile. So gibt es momentan Gerüchte um einen Wechsel von Fanliebling Patrick Herrmann. Besonders nach dem Gespräch mit Dieter Hecking. Es heißt vor allem, dass der 1. FC Nürnberg Interesse an dem Flügelflitzer zeige. Nun heißt es warten. Drei Wochen lang bis zum Saisonauftakt. Was versprechen sich die Fans? Dass sie ein bisschen besser, kontinuierlich besser spielen, wie die letzte. Also wir haben vor allen Dingen erstmal viel Hoffnung für die neue Saison. Und ich denke, Borussia ist auf einem sehr guten Weg. Ich denke, von Platz 4 bis Platz 8, 9 ist alles möglich. Ich glaube aber, dass die Konkurrenz sehr stark sein wird. Ich denke, es wird ein bisschen dichter als letzte Saison. Aber ich glaube, wenn Borussia einen gewissen Heimvorteil ausspielt und die Neueinkäufe einschlagen, wo ich fest von ausgehe, dann denke ich, haben wir eine sehr gute Chance. Auf jeden Fall ein besseres Abschneiden wie letzte Saison. Und ich hoffe ja auch auf die internationalen Plätze. Wäre gut für den Verein, wenn es so kommt. Mit der Unterstützung der Fans kann die neue Saison beginnen.